Hallo, herzlich willkommen zu der Trick mit dem Klick. Ihr möchtet sicher am liebsten sofort loslegen, damit eure Hunde ganz schnell richtige Trick-Docs werden. Wir zeigen euch, wie ihr den Hunden das Training erleichtern könnt, indem ihr den Ablauf logisch gestaltet. Immer zu Beginn werden die Voraussetzungen für das Erlernen der jeweiligen Übungen eingeblendet. Manchmal sind dies Basis-Targets und manchmal auch bereits erarbeitete Tricks. Kann euer Hund gar nicht genug vom Tricksen bekommen? In den Folgen 2 und 3 vom Trick mit dem Klick erwarten euch jede Menge neue Tricks und Ideen, wie ihr mit den bereits gelernten Übungen weiterarbeiten könnt. An die Klicker, fertig, los und viel Spaß! Untertitelung des ZDF für funk, 2017